Ich muss erst mal ein bisschen warten bis sich die Lage beruhigt hat. So der eine haut schon wieder ab und der andere hinterher und jetzt haut ab. Können die nicht erst endlich abhauen? Also, falls ihr eine Idee habt, wie die beiden hätte eliminieren können, ohne dass ihr wer mitbekommt, könnt ihr mir ruhig sagen. Also, ich habe jetzt auf die Schnelle nichts mitbekommen. Der steht immer noch da. Halt die Augen offen. Ich höre, dass ihr jeder einzelne Stein umgebläht wird. Durchsucht das gesamte Gebiet. Hey, ich geb dir Deckung mal! Hey! Oh nein! Oh nein, 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 nein! Hey, hör dich los! Hey! Schaut euch auf, Jungs! Was? Alles gut! Hier ist Licht! Oh! Hat mich jetzt in der Nähe gesehen oder nicht? Du sagst ja genau Schauen wir mal Okay, okay, okay! Ich bin bereit, komm schon! Ich bin bereit! Biss dich! So, nehmen wir einfach mal mit Und Lenny entführen Hm, hm 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 hm. 89.950 Punkte Weiter geht's Es scheint sie zu verjüngen Mit dem richtigen Training wäre sie stärker und schneller als jedermann Aber ohne die Kette wird sie schwächer Sie ist mehr als perfekt Das ist bestimmt der Grund warum die Agency scharf auf sie ist Jackpot! Ha ha! Lenny Lenny wurde entführt Was? Welcher Wichser will mich denn hier verarschen? Oder willst du mich verarschen? Gott verdammt! Ruf Jade an Und sag ihm wir wollen das Lösegeld Und sag dem Sheriff ich will meinen Jungen zurück Diesem Scheiß beim Arsling zahle ich ja noch Geld Oh Mrs Cooper Sheriff's Bureau Sie kann mich helfen Ist für Sie Skirky hier was? Leila hi Was? Nein! Ja Gott verdammt! Ist gut ich komme Bin gleich da Mensch der hat ja Spaß gehabt Mensch der hat ja Spaß gehabt Zum letzten Mal Wo ist Victoria? Nicht aufhören Ahhhh Dan hat gesagt lass sie mal tanzen Und wo kann ich den finden? Im Fabrik Am Stadtrand Fragen Sie mich einfach durch Er kämpfte immer nach Okay? Nein! Gut Du kannst aufhören und dann hilft mir weiter Darf... Darf ich aus dem Loch raus? Gehen Sie los Bitte Das mit der Nonne war ein Unfall Okay Ehrlich 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 Ehh Es gibt kein Grund Oh man Ich Ich hab ihn G-gegeben Was wir wollten Lauf Schlampe Lauf Lauf schneller du Sau Säugner schießen Oder abhauen Komm mal hier Oh Ich wusste sie Brengt nicht Spiel 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 den harten Mann Ich spiel den nicht nur Ich spiel den nicht nur Auf geht's Auf geht's Säugner Ja Weil du Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Schade, dass ich hier... Oh man, ich... Ich habe gehofft, hier ist noch eine Verkleidung drinne... Ja, dann muss ich ihn hier reinschmeißen und hoffen, ihn sieht keiner... Achso, hat er so eine Schlüsselkarte? Toll, hat er nicht... Ich habe ihn jetzt umsonst klein gemacht... Hm... Ja, jetzt habe ich eine Verkleidung jetzt reinkaufen, die hier langlatscht... Immer wieder mit gesenktem Kopf laufen... Was ist hier los? Hey! Toll! Hm... Verstecken sich immer alle... Hey, den hätte ich fast getroffen... Habt ihr das hier sehen? Ja, das ist hier... Ja, das ist hier... Ja, das ist hier... Na, nicht still. Hey, wie viele kommen denn hier noch? Muss nur wo hin. Ach, da ran, ja. Ich sehe schon, ich gehe auch so mit dem Minuspunkt raus. Wer hat das bald? Da stand der Inna. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, na, na. Na, 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 na. Untertitelung des ZDF, 2020